Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin deutlich unter Druck geraten, endlich geht es mal ein bisschen bergab. Wir haben leider nicht mehr oben unsere 28.400, 28.500er Marke getroffen. Leider nicht. Bitcoin hat sich gedacht, komm, wir machen mal wieder hier ohne mich Abfahrt und gehen ein bisschen gleich runter. Auf jeden Fall in der Spitze sind wir auf knapp 27.000 US-Dollar runtergefallen. Ob das jetzt schon der Boden war, wie die weitere Strategie ist, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen und natürlich auch nochmal einen kleinen Blick auf Ethereum, wo ich sogar momentan so ein bisschen minimal interessanter finde. Wie wir mit den Longs weiterhin umgehen, das werden wir auf jeden Fall besprechen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp. Ich habe hier jetzt schon mal zwei Updates rausgehauen, auch einmal mit der einen Long-Position, wo ich jetzt gleich nochmal drauf eingehe und mit der neuen Idee, die ich mir dann gedacht habe. Und was auch noch momentan läuft, zum wahrscheinlich letzten Mal, das BingX Einzahlungsevent. Also ich habe auch die Infos bekommen, dass es jetzt erst einmal dann Schluss ist, also es ist das letzte Mal, dass ihr hier die Möglichkeit habt, sage ich mal einfach nur einzuzahlen, das für 10 Tage zu halten und dann kriegt ihr im Endeffekt gleich den Bonus für 24 Stunden und natürlich auch so ein kleines Trading-Event. Also wenn ihr da noch mitmachen wollt, bis 7.6., alle, die sich unter meinem Link registriert haben oder alle, die sich noch neu registrieren, Link ist unten in der Videobeschreibung, können da noch teilnehmen. Ansonsten war es das, so wie es aussieht, erst einmal für dieses Jahr. Also war ich mir auch nicht mehr ganz sicher, deswegen erwähne ich es heute nochmal. Also schaut da gerne vorbei. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt aber direkt rein ins Video. 27.080 US-Dollar Trading. Wir momentan ordentlicher Abverkauf im Laufe des Morgens, was wir da heute hatten. Wir schauen uns das Ganze mal prozentual an. So von der Spitze bis zum Top runter, 2,5% ging es nach unten. Wir haben ja gestern im Update noch darüber gesprochen, dass ich zumindest gehofft habe, dass wir hier noch hochkommen in den Bereich 28.400, um die Liquidität hier oben noch abzugrasen. Und dann aus dem Abverkauf sehen, hat es sich leider nicht mehr gefischt. Wenn wir uns dann natürlich das FIP-Level nochmal dazu angucken, sehen wir auch, okay, wieder nur das 0,5%. Also es hätte nicht mal mehr was genutzt, hier am Golden Pocket reinzugehen. Auch hier wären wir wieder nicht abgeholt worden, was Bitcoin momentan sehr, sehr gerne leider macht. Aber gut, was müssen wir machen? Auf jeden Fall ging es da nach unten. Wir haben die ersten Liquiditätslevel hier, wo wir gestern auch drüber gesprochen haben, abgearbeitet. Hier jetzt so ein bisschen Support gefunden. Ich traue dem ganzen Braten, aber noch nicht wirklich. Also ich habe heute früh eine kleine Long-Position aufgemacht. Habe ich euch ja in der Telegram-Gruppe, um das hier nochmal zu verdeutlichen. Long ist offen. Habe sie dann aber doch wieder gegen, so ich glaube zwei, drei Stunden später, wieder auf Stop-Loss-Entry geschlossen. Habe ich auch mitgeteilt. Und die nächste Position, seht ihr schon hier unten, liegt hier unten bei den 26.920. Auch die ist momentan mir ein bisschen zu vage. Ich bin am Überlegen, jetzt dann schon langsam reinzugehen. Und wenn ich das mache, auf jeden Fall werde ich euch Bescheid geben. Oder wir teilen die Position einfach, machen hier zwei Entries raus, dass wir im Endeffekt sagen, jetzt rein. Und die zweite Positionsgröße dann im Endeffekt hier unten, genau beim Golden Pocket. Nur ich bin mir momentan so ein bisschen unsicher. Wir haben keinerlei Divergenz momentan. Wir haben kein tieferes Tief mehr reinbekommen. Wir sind aber auch hier gerade in so einer Zone, wo halt im Endeffekt nochmal ein bisschen Liquidität auf uns wartet. Also genau bis zum Golden Pocket. Deswegen, das ist so momentan wieder so eine Hängepartie. Und bei meinem Glück, was ich die letzten Wochen wiederum hatte, über die letzten zwei Wochen immer mal wieder, wird das Scheißding dann wieder nicht abgeholt. Sorry für meine Ausdrucksweise. Und der Zug fährt wieder ohne uns ab im Endeffekt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, momentan bleibe ich eher so mal bei den 26.920. Beziehungsweise 26.930 sollten wir hier diesen WIC einfach gegentesten. Schau mal zur Ding gleich. Ethereum hat nämlich genau nur das gemacht nach jetzigen Stand. Also da mal ein bisschen drauf Auge werfen. Volumen, absolut grausig. Nicht mal bei dem Abverkauf kam viel rein. Das waren im Endeffekt viele Short-Liquidierungen, die wir hier reingemacht haben durch eben diese Pumps, die hier entstanden sind. Das war es dann aber auch wieder. Ich meine Long-Liquidierungen, nicht Short-Liquidierungen. Long-Liquidierungen, die hier eher einen Stop-Loss im Endeffekt hatten. Und jetzt dümpeln wir hier momentan ein bisschen rum. Wir hatten es heute früh schon mal in der Telegram-Rubbe auch so besprochen. Mit der Schuldenobergrenze natürlich könnte das heute nochmal für Bewegung sorgen. An sich ist es aber eingepriesen, sollte es positiv sein, okay, alles gut. Sollte es wiederum negativ sein, kann es natürlich auch nochmal ein bisschen Auswirkungen haben. Aber nach jetzigem Stand gehe ich jetzt erst einmal davon aus, dass alles normal läuft. Ziel ist auf jeden Fall, wie gesagt, maximal das Golden Pocket bis, ja, so Maximum 0,786er, die 26.400, ihr seht hier das Risk, 1,5 Prozent, wenn wir dann im Endeffekt hier reingehen. Das ist so das Maximal, um dann, sage ich mal, die Gegenbewegung hier bis ungefähr 27.500 US-Dollar mindestens mitzunehmen. Hier oben wartet dann die Ineffizienz auf uns. Das wäre so das erste Ziel. Nach jetzigem Stand ziehen wir uns auch noch das FIP dazu. Von unserem Peak bis zu unserem jetzigen Low sehen wir auch hier relativ bei den 27.500. Eine schöne Konfluenz sollten wir uns jetzt schon erholen. Also da kommt wieder so einiges zusammen. Wird dann entscheidend sein, wie die Märkte reagieren. Morgen haben wir dann im Endeffekt ja Beschäftigungsänderungen. Wir haben Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Folgeanträge am Freitag kommen. Non-Farm and Payrolls, also Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, kommt dann auch noch. Also jetzt kommt langsam so ein bisschen Schwung in die Bude und es könnte gut möglich sein, dass wir hier jetzt einen vorläufigen Boden erreicht haben. Jetzt erst einmal, die Korrektur war absehbar. Da haben wir immer wieder drüber gesprochen. Die letzten Tage nur kein Short-Entry mehr bekommen. Sorry, kann ich nichts dafür. Aber die Korrektur war absehbar und jetzt haben wir die Korrektur. Lieber wäre es mir, wie gesagt, wir holen diesen kleinen ineffizienten Bereich hier unten noch, um dann, sage ich mal, die Trendwende zu sehen. Aber gut, man kann nicht alles haben, aber nach jetzigem Stand passt es ganz gut. Eine Bullish Divergence, wie gesagt, ist uns noch ein bisschen verwehrt geblieben. Gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Timefilm. Hier ist der RSI jetzt auch deutlich korrigiert. 442 sind wir jetzt hier gerade ein bisschen Downforce, würde auch noch hier ein bisschen vertragen. Also, wie gesagt, die 26,860, wo das Golden Pocket liegt, sind nach jetzigem Stand noch nicht abgeschrieben. Mehr gibt es aber auch bei Bitcoin momentan nicht zu sagen. Brauchen wir uns auch nicht zu lange aufhalten. Gehen wir rüber zu Ethereum. Und da hat der Weg einigermaßen auch wieder gestimmt, aber auch hier gleiches Spiel. Wir haben uns die Liquidität hier oben nicht mehr geholt. Leider. Dafür, im Endeffekt, dann ging es dann runter. Das war eigentlich so der Hauptprimärszenario. Aber auch hier muss man dazu sagen, ihr seht hier die blaue Linie. Die haben wir auch, glaube ich, sogar im letzten Video eingezeichnet. Genau hier im Endeffekt die Hochs abgeholt. Ein bisschen kurz drunter gewickt und dann wieder ein bisschen so Erholung hier. Wie gesagt, gefällt es mir momentan sogar ein bisschen besser. Ich würde hier, wie gesagt, nur noch hoffen, dass wir uns diesen Bereich noch holen. Also, dass wir noch diesen letzten Wig runter in die 1850 bis 1846 Regionen kriegen. Das wäre so ein Bombenszenario, um dann, sage ich mal, die Trendwende nach oben hin zu kriegen. Also, genau das, was wir die letzten Tage besprochen haben, könnte jetzt hier langsam einfach sicher ein bisschen Fahrt kriegen. Aber, gleiches Spiel, Bitcoin, wir haben kein Volumen im Markt. Wir haben momentan, das fehlt uns einfach, wir brauchen einfach diese Signale. Morgen startet dann das Ganze in Hongkong, wo sich schon die ersten Börsen registrieren können und sowas, oder was angeboten wird und verkauft werden kann, gekauft werden und sowas. Das könnte vielleicht nochmal einen bullischen Input haben, aber auch das ist im Markt einfach eingepreist. Das sollte jetzt nicht zu bösen Überraschungen oder bullischen Überraschungen mehr führen. Trotzdem, wie gesagt, Ethereum sehe ich eher hier unten einfach in diesem Bereich, diese zwei roten Kästchen, das 0,5-Fib-Level, sehr, sehr anschaulich. Plus eben hier noch diese kleine 1-Stunden-Demand-Summe. Das ist momentan so mein Long-Szenario bei Ethereum. Und Stop-Loss haben wir auch schon mal drüber gesprochen, liegt momentan bei 2%. Aber da würde ich gegebenenfalls nochmal was anpassen, dass wir so ein bisschen höher ziehen, so auf 1,7%. Müssen wir da ein bisschen gucken. Ansonsten schauen wir uns das heute Abend auf jeden Fall im Livestream um 19 Uhr, wie immer an. Aber heute nur eine halbe Stunde. Bei dem Wetter will ich jetzt auch nicht zu lange streamen, aber kommt da gerne vorbei um 19 Uhr. Ist wie immer Mittwoch und Donnerstag Livestream-Zeit. Freue ich mich für alle, die dabei sind und natürlich auch mit euren Altcoin-Wünschen, die ihr dann vorschlagen könnt. Gut, dann war es das eigentlich schon wieder, was das anbelangt. Gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber. Was gibt es da? China stellt das Web3-White-Paper vor. Also China weiß ich einfach nicht alles, wie ich das einordnen soll. Also einerseits finde ich es alles gut, dass da endlich mal ein bisschen was mit Krypto vorangeht. Aber irgendwie traue ich den ganzen Braten noch nicht so wirklich. Also China ist wieder so ein Ding für sich, aber an sich gute News. Lest euch den Artikel gerne durch. Link müsste in der Telegram-Talk und Signalgruppe drin sein. Ansonsten schaut gerne bei Krypto-Gerufe bei Nummer 1 Website für News. Gut, das war es von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns dann heute Abend um 19 Uhr wieder. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich keine Brille auf habe, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ihr könnt mich auch mal ohne Brille sehen. Auf jeden Fall war es das von meiner Seite. Wir hören uns heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay crypto.